Ein Gegenangriff! So, reißen wir das Ding ein. Da sind die Trolle ja sehr gut drin. Was war das jetzt? Oh, eine einzelne Assassine. Okay, gehen wir erstmal zum Arkon. Mal gucken, was der Arkon uns zu sagen hat. Und ja... Eine Sonnenmünze fehlt uns noch. Mondmünzen haben wir wie gesagt genug. Sternenmünzen würden uns halt noch fehlen. Sie meinen es ernst! Das ist ein Hinterhalt! Verschwindet! Ein Gegenangriff! Ein Mondsteinring! Yippie! Dann gucken wir erstmal, was in der Truhe da oben ist. Kritisch würd's mir meine Holzfäder versuchen wollen, das Holz hier oben zu fällen. Eislandhelm und ein Gildenmeister-Kurzschwert, okay. Und der Archon hier. Ah... Hier geht's hier oben. Hier bin ich mir nicht sicher, ob's hier... Na doch, hier ist ne Verbindung. Na doch, hier ist ne Verbindung. Na gucken wir nachher mal, wo's da hingeht. Aura der Heilung, okay. Rubin... Anderes Zeug? Ja gut, die Zauberaura der Heilung, den packen wir mal mit rein. Das... Das kann nicht sein! Nichts besiegt die Allmacht des Feuers! Erspart mir euer Gefasel, Priester! Wenn ihr leben wollt, hört mir zu! Ich kenne euer Bestreben, die Mondstadt zu vernichten. Ihr habt eine Macht erforscht, die der schwarzen Magie widersteht? Das Elementar der Sonne! Ruft es! Unterstellt es meinem Befehl! Oder tretet eurem Gott gegenüber! Bei den Flammen des Bargagor! Dann nehmt es, Menschenhund! Das Rote Imperium wird nie untergehen! Ich werde euch noch brennen sehen, Runenknecht! Oh, nächster Angriff hier oben! Aber meine Armee ist zu... Also meine Armee, meine Wachtruppe ist zum Glück wieder gestärkt! Sehr schön! Okay, wir haben das Sonnenelementar! Und auf das sollten wir definitiv sehr gut aufpassen! Zu den Waffen! Das Elementar sollte immun sein gegen die Türme hier oben! Also wir müssten dann halt mit unserer Armee die... ...Goblins dort töten... ...besiegen, ausschalten... ...und dann mit dem Elementar die Türme! Gucken wir aber erstmal, wo es hier lang geht! Vielleicht gibt es noch einen Hintereingang... ...Aber ich glaube, hier ist einfach nur... ...Stand halten Männer! Genau, Portal zum brennenden Fels... ...Linien müssen halten! Clanbrüder zu mir! Tote in Feinden! Das ist ein Hinterhalt! Verschwinde! Ja! Okay, das heißt, hier ist kein Durchkommen, weil... ...für das Turm werden wir alle drei Schlüssel brauchen. An dem Turm sind drei Schlüssel angebracht... ...ein goldenes, als siebenes und ein kupferndes. Ja! Das heißt, von hier aus erstmal wieder zurück! Den Weg hier können wir vergessen mit den ganzen Feuertürmen! Das heißt, es geht hier durch! ... ... ... Okay, Stein ist jetzt mittlerweile alles, was es gibt, abgebaut für den Augenblick. Ich habe ja ziemlich groß abgebaut und ich habe verdammt viel oft verbraucht. Tja, 2400 plus die ganzen Gebäude eigentlich. Könnte wir jetzt eigentlich theoretisch... Verbesserung fertig. Könnte die Taten einfach mal rufen. Ja. Du bist zu nahem Turm. Mach sie kaputt! Und du bist tot. Ja, ich werde versuchen, die Türme hier mal von hinten aufzuräumen. Da haben wir nämlich einen direkten Weg. Also, ich versuche meine Armee mit dem Feuerband feuerimmun zu machen. Beziehungsweise ich speichere erstmal, versuche dann meine Armee mit dem Feuerband feuerimmun zu machen. Tau dann auf die Feuertürme ein. Aber die Gobbos hier, die sind jetzt keine Sache, die man sich gedankt machen muss. Und ja, übrigens, ich habe auch nachgeguckt aus dem Main hier, habe ich... Also, den mit den Echo sümpfen, habe ich die Mondmünze schon rausgeholt. Es fehlen noch die Schädel, die Sonnen- und die Sternenmünze. Und wenn wir Glück haben, können wir das öfter machen. Da kann ich da die fehlenden Sternenmünzen noch rausziehen. So, speichern wir mal kurz. Wobei von... Ne, von unten angreifend ist besser. Da kann ich nämlich beide Seiten gleich traktieren. Aber eigentlich sollte der Feuer bannen. Dieser Zauber wirkt über beliebige Entfernung, ja. Gucken, ob er noch stackbar ist. Wo kommen die her? Tot den Feinden! Tot den Feinden! Verschwindet! Entdeckung! Also, ich habe das Gefühl, ich richtig stackbar ist nicht mehr. Die meines Ernst! Wo kommen die her? Doch, aber sehr schwachsisch ist denkbar. Verschwindet! Entdeckung! Wo ist meine Keule? Verschwindet! Tot den Feinden! Tot den Feinden! Clanbrüder zu mir! Was, wie? Ah, zwei Schleuderer habe ich noch. Tot den Feinden! Was, dann? Und acht Champions brauche ich noch. Okay. Entdeckung! Er hat der Feuerball noch? Sie meinen das ernst! Wirklich zu stacken scheint er aber nicht. Habe ich irgendwas, was Feuer... Was wollen die? Gibt's? Eigentlich nicht. Wo ist meine Keule? Die sollen weggehen! Wo ist meine Keule? Ja, haben wir uns gerade die richtigen... Was, wie? Ausgesucht. Noch einen Schleuderer, bitte.